Und zu Smite mit MaruMir und Hummelholt, hallo! Hallo! Hummelholt nur so da... Gegner-Team, Standard. Sieht irgendwie böse aus, die Aphrodite. Mit dem Skin. Hm... Jetzt geht's zurück zur... Gehen links. Ne, ich mein, ein bisschen wieder zurück zu Mana und Sprint. Oder hast du die Aphrodite jetzt nur so automatisch gekauft? Was denn? Mana und Sprint. Hummelholt. Hä? Wollen wir mit Blubuff anfangen? Ja. Habe ich zwar mit Ketten begonnen... Kann ich Ketten auf Buffs schießen? Wollen wir mit Blagen den haben? War nicht. Das ist doch ungerollt. Ach so, ja. Ich vergesse. Ja. 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 Minions have spawned. No. 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 weckte der keine aggo oder so hast du hinbekommen er hat ja aufgehört okay die ketten ach so ich wollte nicht mit den ketten bing bing Ich habe keinen Luft, der Romana. Ja, ich habe einen Analyen deck, Sophie. Ich bin total abgelenkt gerade. Früher auf den AP-Beitner. Ja, sorry. Ich hab mich total ablenken lassen gerade. Sorry. Your left tower is under attack. Warum ich mir nun dagegen? Nun gegen was? Der hat irgendwie schon. Ah. An ally has been slain. Gegen was? Wenn ich mein Schild auf sie mache, kommt er bei ihr die ganze Zeit immun, 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 immun. Gegen was für mein Schild ist sie denn immun? Was macht dein Schild denn? Schaden. Macht Schaden pro Tick und prozentual macht Schaden pro Tick. Ehen? Ich habe ihn mitgele geteilt. Das war's für heute. Was ist denn hier? Ja. 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 Da fängt doch um die Oberholz. Ich bin der. Okay. Folgt mich noch. Von Agni. Toll. Toll, so sind es dann. Von Agni. Ich überleg mir grad, soll ich Blink mitnehmen? Blink, bringt ja nichts. Kannst du eben nicht im Kampf benutzen. Ah, ich kann mal reinblinken oder nicht? Anni, wir haben mich dann am meisten vorher angreifen, bestimmt schon. Nimm den Portal mit. Hat gute Dienste geleistet das letzte Mal. Das Ding ist immer noch der einen Blick. Das Ding ist immer noch der einen Blick. Ah, ich werde jetzt halt kommen. Er hat noch geheilt irgendwie. Also hat die Input wohl. Agni kommt gleich aus der Mitte zu uns. Schade. Schade. Welchen gehabt sonst? Agni kommt wieder. Agni ist immer unsichtbar. Gehen. Schade. 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 Deine rechte Tower ist unter Attacken! Ich darf da andersrum. Wenn ich meine Aura einfache, kann ich dreimal stacheln oder so, ne? Ja, und wenn du einfach triffst, dann kannst du wieder nochmal schießen. Wow, ich bin mir gar nicht so laut, ja. Die nirische Nesa ist irgendwie verschworen. Die kommt zu uns. Ich muss kurz hoch wegen dem scheiß Tower. Ja. Haben Agro von Tower genommen. Nicht mehr, schade. Die kann in meiner Ulti ihre Ulti machen, auf einmal war sie weg. Echt? Das ist natürlich mies. Ich bin dann auf einmal wieder zu Boden gefallen und ich bin dann auch gelockt, wenn sie zu Boden geflogen. Da kam der Crit. Und du haben sie geslagt. Ihre Tauere mittelte Tower ist unter Attacken. Ihre Team hat verletziert die Tauere прямо. Let me at them! Wir machen die Gage. Schade, Nies-Ult hätte auf jeden Fall ein oder zwei Kills erholen können Nein Nein Da hat Dingens ihre Hüte zu früh gemacht, äh Unverrundbarkeit Nies hat Hüte geschossen, er hat sich ein bisschen gewahrt und unverrundbar gemacht und als es weg war, kam der Fall Das müssen wir doch hier downhauen in dem Tower endlich da ra Ich habe meine Ecke. Ich habe meine Ecke. Nehm ich ihn mit schnell? Ja Ah schade Du kannst abhauen? Ähm Mal mit Ulti und dann weg? Jetzt nicht. Ne ich hab halt Ulti benutzt. Keine Chance. Immer wahren, wenn er weißt tot. Mann, Golf? So wie der ist auch stärker geworden Ist ein Hedgehog getroffen? Nee So 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 Schade, dass er umgeholt verstorben ist da. Ne, ist gar nicht umgeholt. Der andere Argen. Gut, dann, dann gut. Ich habe hier meinen Bouncing Ball noch geschickt. Ja, alle. Er ist abgehoben. Kannst du die Außenmute rausspringen oder ist das zufall? Ne, immer nach hinten. Du springst nach hinten mit. Mal gucken, von welcher Richtung sie anschaut. Ich mache ja ein Portal hin. Ne, sie hat doch gerade noch Low da. Wenn du sie schnappen möchtest am Tower. Also Low ist die. Also AP? Ja, warum soll ich sie töten? Ja, schön. Nimm mal mit, Agni. Ja, schön, Bouncing, Bouncing. Ja, schön. No, genau, genau. Nee. Ja, genau. Soll ich alles rausbekommen. Oh, hat nichts mehr, in den Englisch haben wir einen Dyson. Ja. Gute Wand eigentlich. Oh, Hummel. Nicht da. Danke. Alle sind drei, leider nicht. Da wird mir irgendwie ein Kiel geklaut. Ja. Die ist halt. Ja. Wir haben zehn Sists weiter. Ja. Oh, die ist halt. Der Vorteil ist, sie müssen dich fokussend, wenn du viel Schaden machst. Das gelaufen mir aber auch Schaden zu bauen. Und dadurch röst ich sie dann schön. Spawnst du in 15, dann baue ich dir hier ein Portal irgendwo hin. Zum Damage-Port. Perfekt, ja. Zehn Sekunden noch, musst du ja erreichen. Ja, fünf Sekunden spawnen. Aber warten lieber, bevor dann andere durchgehen und dir dann machen. Ach so. Geh hin. Geh es halt Tor. Ja, ich bin fünf Sekunden nicht da. Hau raus. Alles klar. Ah. Ich bin da. Ja. Dann ruhig nur schnell was. Kaufen. Ich mach das Item. Ist cool. Kann man praktisch nutzen, wenn man die absprechen kann. Ach man. Komm her! Oh, das hat sie nicht, oder? Ah. Ich wollte ja eigentlich gerade so reingehen mit meiner Ulti, um dich zu retten vor seiner Ulti. Oder hat er nicht gereicht? Ach schon, der kann ja eh hochgehen. Egal, die macht ja nicht direkt einen Plan. Ach. 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 Der heißt auch verdammt stark mit maximalen Flügelchen. So die Heilung kam gerade wegen der Zone. Achso. Ach ja, stimmt. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich ein Smite mit, ähm, Zauber-, also Spellvamp, der ist auch auf alle Fähigkeiten, also auch wenn ich die Aura kaufe, würde auch deine, wenn es dann, deine Novelty, aber die eher Lifestilen. Was ich dann mit magischen Schaden machst, ist ja Spellvamp. Ah, okay, und wenn du physischen Schaden machst, ist es Lifestil. Ja. Okay. Ich meine, Loi war es ja anders. Puh, das war ganz schön grafisch einen Fehler, eigentlich, diese Feuer-Aura. Enemies! Incoming right! Ähm, Jumir ist hier. Ich muss mal den Fire Giant machen. Schaffen wir es zu zweit? Okay. Attack! Fire Giant! Ignite! Sollten wir, also ganz knapp. Bevor sie mich ultiert, ja. Viele Bugs. Ich habe dich jetzt. Ich habe dich jetzt. Geht weg! Ich kenne so lange ich kann. Oh, ja, der Limit! Ein Tor! Die Portal ready, willst du direkt wieder reinkommen? Ja, mach, ja. Oh, ich werde jetzt immer schon weg. Mann, meine Wände sind so hoch! Ich kann die, wenn du nicht hier bist. Ich werde jetzt nicht schlagen. Ich werde jetzt nicht schlagen. Ich werde jetzt nicht schlagen. Ich werde jetzt schlagen. Sie hat die Glocke aufgeschoben. Geht weg! Ich habe dich jetzt! Naja, ich mach Dämmel. Brenne! Haki! Und vor! Und Brenne! Haki! Ah, die Karte hat so viele Kills wie Tode. Ja. Weißt du, dass du ausgeglichen bist. Ah, Kummels spielt sehr gut in dem Match. Apollo Klein, einer muss noch viel zerreißen, Apollo oder Nies. Weil Nies da stärker zu machen. Ja. Schussabholung als Schüsstor, kann ich dich nicht aufhalten. Mit deiner Ulti hättest du es machen können, wäre ja richtig stylisch. Ja, hatte ich da nicht ready. Bin zurückgezogen. Komm, nehm mich mit. Doch nicht. Doch nicht. Das macht sogar True Damage, cool. Das Aura-Item. Soll ich ein Portal hinstellen für dich? Ja, ich stehe jetzt wieder da. Na klar, kein Buff-Camp, aber... Warte, jetzt kann ich's casten. Hi. So, wir sind heute. Hier schicken wir mal mal rein. Hier schicken wir mal rein. Okay. Haha, gegen den damage in der face. Ich würd's einfach greifen den rechten phoenix an, dann. Pink! Ich steig in der Böde. Okay. Ich muss abhauen! Kann ich nicht helfen? Ich muss abhauen! Aber leider... 2 gegen 4 gehen noch nicht. Ich glaub, Humil, wenn er jetzt noch geschickt umdreht. Ich guck grad nicht hin. Okay. Er könnte es schaffen, alle zu töten. Ne, jetzt hat Emi ihn getroffen. R-Stunlock. Ah. Ich war aber blöd, dass sie jetzt fight shining gemacht haben. Ich hätt lieber mehr Base mitgenommen. Gibt's einen logischen Grund, warum die's grad Nahkampf gegangen ist gegen Emi? Damit sie nicht verfehlt. Okay. Sie können doch wenigstens hinjumpen, bevor sie ein Stunbill already hat. Eine Rückwärtsalte. Die jeweiligen... Die... 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 Jetzt... Jetzt nimmt sie Ulti. Oh Gott. Und stirbt an Emi ihn. Oh Gott. Oh Gott. Mit Fire Giant. Na, komm an Emi ran. Da kommt Apollo. Apollo schnappt sich auch nur Buffs. Das skatet dann durch die Gegend. Aber er kriegt sowas von den Skater-Skin. Wie hieß das hier? Jet Set Radio oder so? Jetzt gibt's ja keine Lizenz-Skins. Nicht der Twitch-Skin? Okay. Wir machen Goldfury. Okay. Dann machst du ihn. Ich brauch Hilfe. Ist ich gleich da? Ja. Er hat einfach mehr Items. Er hat auch 19 Kills. Und Death-Items sind Live-Leach. Er hat auch 19 Kills. Und Death-Items sind Live-Leach. Ja. Er hat halt schon volles Bild. Ja. Na klar. Brenne! Wenn nicht. Bei Udi geht rechts durch. Ah nee. Wer hat die da lege ich ganz Partnerskey. Ihr Team hat einen mittleren Enemie-Phoenix verletzt. Ihr richtige Talon ist verletzt. Brenne! Aus dem Portal? Äh, ja. Steht. Dauert nach 5 Sekunden, dass er spawnt. Oh, oh. Oh, oh. Aha. Acht, es war nicht. Ich habe dich. Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Was ist mein Kind? Ja! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Komm her. Ha, sonst was ich wehren. Ich denke, was passiert ist. Ah. Was hast du denn gemacht heute? Ich wollte ihn auf deiner Barbefrau holen mit der Ult. Aber? Ich bin daneben geschaut und dann hat mich der Leder gerichtet. Okay. Nies, komm, wir müssen nach vorne. Wir sind zu noch zu dritt. Ich geh mal kurz. Soll sie alleine bleiben. Lauf. Mein Polar ist erst eine Minute ready. Ich könnte Hummelholt ran holen. Wir wollen die dabei auch wieder da. Ich push mal rechts einfach. Armin und Taurus. Entschuldigung. Wie lange hält der die Wand? Nie mir? Ja. Die hat ja grad... Wenn du gegenläufst länger. Ach so. Okay. Die hat ja grad 20 Sekunden gehalten oder so. Ja. Das ist aber nicht gebollt. Aber es ist so. Das ist aber schon ganz am Anfang aufgefallen. Wenn du gegenläufst hält die Wand länger. Ja. Dann könnte ich aber warum er gegen mich gelaufen ist. Damit ich nur gegen die Wand laufen kann. Ja. Denkst du gegen Fire Giant? Ja. Ich hab hier noch einen anderen Propp. Ich will eigentlich schnell den Reds aufmachen. Schnell ist gut. Ach so. Da war ich mit dem Fire Giant. Der, der Dings wie gespornt ist. Okay Dalu ab. Ich kann Folo reißen auf mich leider nicht. Oh Gott, Feuer macht viel Schaden. Hast du ein Portal stehen? Ja. Brenne. Das ist eigentlich mit Torn schnitt. Ja. Und hier geh ich wieder rein. Und wollen sie schützen? Auf der anderen Seite, da wurde auch er gerammt. Ja. Geht schnell. Ah, ich geh mir doch schon zurück. Ich musste meine Ruhe zum Escaven. Ja. Ich habe keine Chance. Ja, die hat auch die Ruhe gegeben. Für mich zum Erfolg. Ich muss jetzt aber reichen. Ja. Ich habe mal schnell 100 Gold zusammen. Wenn man jetzt das Upgrade kaufen kann. Und jetzt kommen wir wieder. Uff! Du bist du eigentliche? Du bist ein Halt. Du bist ein Halt. Du bist buena. Kann man nicht, wieviel Gold man gerade in der Tasche hat? Ne, ne? Nein. Oder du selber. Ne, ne, von den anderen. Dass ich jetzt sagen könnte, geh doch einmal alleine kaufen, ich pack ein Portal hin und dann gehts los. Und eine Al-Ala! Das ist eine Al-Ala! Das ist eine Al-Ala! Das ist eine Al-Ala! Ein Al-Ala! Wir haben eine Al-Ala! Ah ja, ich habe dich auch nicht mehr gemacht. Ich habe dich auch nicht mehr gemacht. aber es sollte reichen da soll ich gerade noch mit der Ulti irgendwen mit nach oben nehmen das hat so geil ausgesehen naja das war es mit dieser komischen vielsterbenden Episode Smite, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss auf Scoreboard kurz da ist es tschüss